Hallo und herzlich willkommen zurück. Für das heutige Video solltest du bereits wissen, wie man das Skalarprodukt zwei Vektoren berechnen kann, wie man die Länge bzw. den Betrag eines Vektors bildet und auch wie man ein Kreuzprodukt berechnen kann. Ziel für dieses Video ist heute nämlich Berechnungen im Dreieck anzustellen. Es geht also um das Fenster Dreieck vom Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Gegeben ist das Dreieck mit den Eckpunkten a, 3, minus 2 und 4, den Punkt b, 1, 4, minus 2 und den Punkt c mit 0, minus 2 und 3. Wir sollen uns zuerst mal den Winkel Alpha berechnen, den ich hier nochmal grün eingezeichnet habe, den die Vektoren a, b und ac einschließen. Wir erinnern uns nochmal zurück. In dieser Videoreihe haben wir bereits Winkelberechnungen angestellt und ich habe auch hier nochmal die Formel, die wir damals verwendet haben, aufgeschrieben. Nämlich Cosinus von Alpha ist gleich das Skalarprodukt der beiden Vektoren dividiert durch den Produkt der Länge der beiden Vektoren. Genau mit dieser Formel wollen wir auch hier diesen Winkel Alpha berechnen und beginnen mal damit, dass wir die Vektoren a, b und ac berechnen. Wir beginnen mit dem Vektor a, b und wenden hier die Spitze minus Schaftregel an. Das heißt, wir ziehen die Komponenten vom Vektor a von den Komponenten vom Vektor b ab. Also 1 minus 3, 4 minus minus 2 und minus 2 minus 4 und bekommen den Vektor minus 2, 6 und minus 6. Als nächstes berechnen wir uns den Vektor a, c. Auch hier wieder gleiches Vorgehen. Wir wenden wieder die Spitze minus Schaftregel an und ziehen wieder die Komponenten vom Vektor a von den Komponenten vom Vektor c ab. Also 0 minus 3, minus 2, minus minus 2 und 3 minus 4 und bekommen die Komponenten minus 3, 0 und minus 1 für den Vektor a, c. Als nächstes berechnen wir uns gleich mal das Skalarprodukt der beiden. Das heißt, a, b mal a, c ist gleich. Wir haben das Skalarprodukt immer so gebildet, dass wir das Produkt der ersten Komponenten von den beiden Vektoren gebildet haben. Dazu haben wir das Produkt der zweiten Komponenten und der dritten Komponenten addiert. Also minus 2 mal minus 3 plus 6 mal 0 plus minus 6 mal minus 1 und bekommen als Ergebnis die Zahl 12. Nochmal zur Erinnerung, das Ergebnis eines Skalarprodukts ist immer eine Zahl. Als nächstes wollen wir uns die Länge vom Vektor a, b berechnen. Die Länge bzw. den Betrag eines Vektors, der wird immer so gebildet, die Wurzel aus der Summe der Komponenten zum Quadrat. Also die Wurzel aus 2 zum Quadrat plus 6 zum Quadrat plus 6 zum Quadrat ist gleich die Wurzel aus 76. Wir bilden auch die Länge bzw. berechnen uns auch die Länge vom Vektor a, c und das ist gleich die Wurzel aus 3 zum Quadrat plus 0 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat und das ist gleich die Wurzel aus 10. Nun können wir eigentlich schon unsere Formel hernehmen und uns den Winkel berechnen. Wir haben nämlich bereits die Längen der beiden Vektoren berechnet und auch das Skalarprodukt. Also der Winkel Alpha ist gleich der Akkus Cosinus vom Skalarprodukt dividiert durch den Produkt der Längen der beiden Vektoren. Das heißt 12 dividiert durch Wurzel aus 760 ist gleich 64,19 Grad. Und schon haben wir uns den Winkel Alpha in diesem Dreieck berechnet. Als nächstes wollen wir uns den Flächeninhalt Groß F des Dreiecks berechnen. Wir haben bereits im Video zuvor die Fläche eines Parallelogramms berechnet und zwar mit dem Kreuzprodukt. Von diesem ausgehend schauen wir mal wie wir uns nun den Flächeninhalt des Dreiecks berechnen können. Wir beginnen mit der Berechnung des Kreuzprodukts und ich habe euch hier oben nochmal die Formel dazu aufgeschrieben. Also AB Kreuz AC ist gleich. Minus 2 6 minus 6 Kreuz minus 3 0 minus 1 ist gleich. Ich lasse hier gleich mal den Zwischenschritt aus. Wenn du gerne möchtest, kannst du hier kurz pausieren und dir den Zwischenschritt mit der Multiplikation der Komponenten aufschreiben und dann einfach wieder weiter drücken, um zu kontrollieren, ob du richtig gerechnet hast. Ich gehe mal weiter. Das heißt, ich bekomme minus 6 minus 0 minus 2 minus 18 0 minus minus 18 und bekomme als Ergebnisvektor minus 6, 16 und 18 heraus. Wie ich schon vorher erwähnt habe, ist das nun der Flächeninhalt eines Parallelogramms, aufgespannt von den Vektoren AB und AC. Wir wollen nun aber die Fläche dieses Dreiecks haben. Das heißt, wir brauchen nur mal die halbe Fläche. Und wir rechnen also dieses Ergebnis mal ein Halb. Und wichtig ist noch, dieses Ergebnis ist ja ein Vektor. Wir wollen nun aber die Größe dieses Vektors haben, beziehungsweise die Größe des Flächeninhalts haben und müssen nun auch noch den Betrag bilden. Das heißt, unsere Formel für den Flächeninhalt Groß F ist gleich ein Halb mal den Betrag vom AB Kreuz AC ist gleich ein Halb mal 6 zum Quadrat plus 16 zum Quadrat plus 18 zum Quadrat und das ist gleich 12,40 Quadratzentimeter. Und somit haben wir auch schon eine Flächenberechnung eines Dreiecks durchgeführt.